Okay, du willst jetzt mit YouTube durchstarten, was ich völlig gut finde, aber hast noch keinen richtigen Plan, wie du das Ganze umsetzen sollst? Deswegen kommt auch dieses Video. In diesem Video verrate ich dir endgültig, wie ich von deiner einzigen Idee zu 2.100 Abonnenten und insgesamt über 140.000 Klicks gekommen bin. Ach ja, das muss ich noch hinzufügen und wie ich ständig noch weiter wachse. Ich habe hier die 7 wichtigsten YouTube-Punkte aufgelistet. Wenn du diese umsetzt, dann bin ich fest davon überzeugt, dass du in kürzester Zeit Klicks und auch Abonnenten generieren wirst. Das Ganze in diesem spannenden YouTube-Video, was du dir unbedingt bis zum Schluss anschauen solltest. Let's go! Hey Freunde, Mohammed hier vom Mediabox Tutorials Kanal und falls du hier neu bist, hier auf dem Kanal gibt es Adobe Tutorials, aber auch YouTube-Tipps. Und sollte dir das Ganze gefallen, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo sehr freuen. Tipp Nummer 1, Titel mit Keywords verwenden. Wir werden jetzt nicht darüber sprechen, welche Arten von Videos man auf YouTube posten sollte, sondern wir fangen direkt damit an. Erstens, du hast bereits eine Idee und zweitens, du hast auch schon einen Kanalnamen. Und jetzt brauchst du einen Plan, du willst Videos produzieren, die Aufrufe generieren. Mit 0 Abonnenten und 0 Klicks kannst du nicht erwarten, dass du mit einem Titel wie diesem hier, Fortnite Live, oder wie mit diesem hier, Montag Vlog 1, Klicks generieren wirst. Das wird nicht funktionieren. Das Ganze ist auch Punkt Nummer 1, denn Punkt Nummer 1 ist, Titel mit Keywords verwenden. YouTube wird dich sicherlich nicht auf die Startseite packen, wenn du 0 Abonnenten und 0 Klicks hast. Das würde ja nur den Ruf von YouTube zerstören. Das Problem, was wir haben ist, wir lassen uns von großen YouTubern inspirieren und teilweise so sehr, dass wir versuchen, auch deren Titel zu übernehmen. Was auch völlig normal ist, ich meine, niemand hat dir YouTube bisher beigebracht. Das Problem ist aber, deinen Fortnite Live Titel kannst du nicht mit dem von Montana Black oder von Revy Insight vergleichen. Das geht nicht. Die haben Millionen von Abonnenten. Für die ist es völlig egal, wenn die so einen Titel hinklatschen. Wenn die ein Video posten würden mit dem Titel, es ist vorbei, dann wissen wir doch ganz genau, dass Millionen von Zuschauern dieses Video sich einklicken würden. Und sogar so sehr, dass es bei den Nachrichten sogar auftauchen würde. Was ist unsere Aufgabe als YouTube Anfänger? Videos zu posten, wonach Leute suchen. Ich habe das so oft auf meinem Kanal und während meiner Livestreams erwähnt, wie wichtig das ist, Probleme zu lösen bzw. Fragen zu beantworten. Das ist auch Schritt Nummer 1. Wenn du das nicht machst, wird das Ganze noch länger dauern für dich. Leute haben ein Problem. Sie brauchen Unterhaltung. Sie wollen wissen, wie man abnimmt. Sie wollen wissen, wie man einen Gaming Rechner zusammenbaut. Leute haben ein Problem bzw. eine Frage. Du lieferst die Antwort. Und das machst du, bis du 100.000 Abonnenten hast. Auch wenn das 3-4 Jahre lang dauert. Du und ich ziehen das Ganze jetzt durch. Wenn wir das gemacht haben, fangen wir damit an, noch mehr Videos in kürzeren Abständen zu posten. Aber dazu kommen wir, wenn wir soweit sind. Wir fokussieren uns erstmal auf die ersten 100 bzw. auf die ersten 1.000 YouTube Abonnenten. Und das Ganze bringt uns zu Tipp Nummer 2. Tipp Nummer 2. Videos produzieren und besser werden. Wie kann man in etwas gut sein, wenn man es nicht ständig macht? Ich habe echt viele Kommentare von euch bekommen, wo ihr erwähnt, wie heftig meine Videoqualität, mein Schnitt ist und das bei so wenigen Abonnenten. Das liegt einzig und allein daran, dass ich Videos produziere. Wie alle da draußen habe ich mit 0 Abonnenten, also mit 0 angefangen, also allgemein nicht nur mit Abonnenten, sondern mit 0 Erfahrung. Ich habe mir das alles nach und nach angeeignet, aber dafür musste ich etwas tun und ich musste Videos produzieren. Heute, wenn ich weiß, ich will zu einem x-beliebigen Thema ein Video aufnehmen, dann weiß ich schon von vornherein, das muss ich beachten, dies muss ich beachten. Das heißt, das ist schon hier drinnen. Und das kommt davon, dass man ständig bzw. regelmäßig Videos postet bzw. Videos erstellt. Das heißt wirklich, es führt keinen Weg daran vorbei. Ohne Videos, kein Erfolg. Und es ist völlig egal, ob du ein teures Mikrofon besitzt, einen heftigen PC oder eine heftige Kamera. Es ist und bleibt dabei. Ohne Videos, kein Erfolg. Guck mal selber, Sean von Think Media mit 2 Millionen Abonnenten sagt, ich poste 10 Videos und wenn 3 bis 5 davon, ja gut, Klicks generieren, bin ich echt zufrieden damit. Er sagt das selber. Wenn ich also jeden Tag etwas für meinen YouTube-Kanal mache, das kann sein, wie erstellt man kreative Thumbnails, wie schneidet man lustige YouTube-Videos, wie erstellt man einen Kanalbanner, dann werde ich jeden Tag erfolgreicher, jeden Tag komme ich meinem Ziel einen Schritt näher. Lade Videos hoch und werde besser. Das Ganze bringt uns zu Tipp Nummer 3. Tipp Nummer 3, was bietest du deinen Zuschauern an? Ich lerne diesen ganzen Stuff von großen YouTubern. Große YouTuber wie Think Media, Nicknamen, Tim Schmoyer etc. Und einer davon ist Gary Vaynerchuk. Gary Vaynerchuk sagt in einem Video, 90% der Content Creator, also der YouTuber da draußen, erstellen Content, die selfish, also auf Deutsch egoistisch sind. Was bedeutet das? 90% der YouTuber wollen, dass du sie abonnierst, weil die 1000, 10.000 Abonnenten haben wollen. Die sind egoistisch, die bieten denen nichts an, die denken nur an ihren eigenen Hintern. Sie wollen, dass du sie abonnierst, damit die Geld verdienen. Komm, ich bin ganz ehrlich, die wollen einfach nur dein Geld bzw. deine Zeit stillen. Und du sollst weiterackern und keine Klicks generieren, um somit im Leben nicht weiterkommen. Was dem YouTube Business angeht. Im Leben kommt man weiter, aber insbesondere hier auf YouTube. Die bieten halt keinen Mehrwert an. Und das ist Punkt Nummer 3. Verrate mir, was bietest du deinen Zuschauern an? Klar stelle ich mir die Frage, warum haben 2.100 Leute meinen Kanal abonniert? Ganz einfach, weil die einen Mehrwert davon haben. Die lernen hier auf dem Kanal, wie man Videos schneidet, wie man Thumbnails designt, wie man erfolgreich auf YouTube werden kann und, und, und. Ich biete meinen Zuschauern Mehrwert an. Und das ist auch der Grund, warum die immer wieder zurückkommen und sich meine Videos anschauen. Und das Ganze bringt uns zu Tipp Nummer 4. Tipp Nummer 4. Deine Thumbnails. Ich gebe mein Bestes und versuche wirklich jeden Freitag live zu streamen. Und was mir immer wieder auffällt ist, dass gerade YouTube-Anfänger Schwierigkeiten dabei haben, Thumbnails kreativ zu gestalten. Mir sind immer diese 3 Fehler bei den Thumbnails aufgefallen. Fehler Nummer 1. Thumbnails sind unleserlich und überfüllt. Wie können denn Texte unleserlich sein? Ganz einfach, indem man die falsche Schriftart auswählt. Beim Bearbeiten der Thumbnails sehen wir Creator das Ganze in groß. Meine Thumbnails speichere ich in Full HD, also in 1920x1080 ab. Das ist riesig. Beim Bearbeiten ist das einfach nur riesig. Und für mich ist das leserlich, auch wenn ich die falsche Schriftart ausgewählt habe. Aber wenn das Ganze dann klein angezeigt wird, ist das alles unleserlich. Oder die Farben passen beispielsweise nicht übereinander. Wie sollen potenzielle Zuschauer da draußen das hier erkennen? Überfüllt. Ach komm, ich packe jetzt einfach alles rein. Alles, was geht hier rein. Und am Ende, ich erkenne gar nichts. Das ist auf jeden Fall Fehler Nummer 1. Fehler Nummer 2. Was steht eigentlich im Vordergrund? Du musst beim Design deiner Thumbnails unbedingt drauf achten. Stell dir jedes Mal die Frage, steht mein Thema, das kann sein ein Produkt etc. Steht das im Vordergrund? Weiß ein potenzieller Zuschauer direkt, um was es sich hierbei handelt? Die Frage solltest du dir unbedingt stellen. Und Fehler Nummer 3. Leute, ihr kennt das. Spontan und überstürz. Und das ist natürlich der größte Fehler, den die meisten da draußen machen. Spontan und überstürz, einen Thumbnail zu designen. Ich sage es immer wieder, du kannst einen Hollywood-Film drehen. Aber wenn dein Thumbnail nicht ansprechend ist, dann wird sich niemand dein Video anklicken. Denn bevor jemand dein Video sieht, sieht er als erstes dein Thumbnail und als nächstes deinen Titel. Und wenn die beiden Faktoren passen, dann hast du gewonnen. Nimm dir Zeit für deine Thumbnails, denn YouTube Thumbnails sind das A und O. Das Ganze bringt uns zu Tipp Nummer 5. Tipp Nummer 5. Kein Clickbait. Du darfst bloß nicht den Fehler machen und dich auf Clickbaits einlassen. Ich sage dir jetzt auch warum. Ich hatte einen Zuschauer bei mir auf meinem Kanal, er war ein Abonnent von mir und irgendwann fing er an, mich negativ zu beeinflussen. Also er hatte immer wieder negative Kommentare hinterlassen und irgendwann habe ich ihm geantwortet, hey, dir abonniere meinen Kanal bitte und schau dir nie wieder meine Videos an. Aber ich habe seinen Namen immer noch hier im Kopf. Alle 4-5 Monate schaue ich bei ihm vorbei und der macht nichts anderes als Clickbait-Videos und kassiert 95% negative Kommentare. Leute, macht kein Clickbait. Das bringt euch nur auf kurze Dauer nach vorne. Ihr kassiert schnell Klicks, habt aber langfristig gar nichts davon. Wirklich gar nichts. Weder Sponsoring anfangen, noch werdet ihr mit Affiliate Geld verdienen oder überhaupt nicht mal ins YouTube Partnerprogramm aufgenommen. Lasst es sein, denn der Weg ist das Ziel. Ihr müsst Spaß dran haben. Verzichtet auf jeden Fall auf Clickbait und fokussiert euch auf jeden Fall auf Titel mit starken Keywords, mit starken Schlagwörtern. Das Ganze bringt uns zu Tipp Nummer 6. Tipp Nummer 6. Sich verpflichten, neue Fähigkeiten zu erlernen. Du musst dich selbst dazu verpflichten, neue Fähigkeiten zu erlernen. YouTube ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und was bedeutet das? Dass du dich darauf einstellen musst, dass du nicht von heute auf morgen erfolgreich sein wirst. Du musst neue Sachen lernen. Du musst aufhören, Netflix zu schauen. Das Ganze heißt nichts anderes als, nimmst du dir keine Zeit für die Entwicklung, bleibst du stehen und kommst keinen Schritt mehr voran. Ich mag es überhaupt nicht, von mir selbst zu erzählen, aber ich schaue kein Netflix, ich schaue keine Filme. Meine Freizeit besteht darin, neue Sachen, neue Skills, also neue Fähigkeiten zu erlernen. Das ist bei mir die oberste Priorität, denn ich möchte eines Tages von meinem Business leben. Und dafür muss ich mich weiterentwickeln. Ich muss hart ackern und, und, und. Also, nimm dir kurz die Zeit und schau mal, was habe ich diese Woche überhaupt geschafft? Wie viel Zeit habe ich sinnlos verbraten? Und was kann ich dafür tun, dass das nicht nochmal passiert? Tipp Nummer 7. Social Media Gruppen. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie man als YouTube Anfänger nicht auf den Gedanken kommt, andere Social Media Plattformen zu nutzen. Ich habe einen Facebook Account, ich habe einen Instagram Account und bin definitiv in diversen Facebook Gruppen drin. Warum denn auch nicht? Ich brauche doch Zuschauer und genau solche YouTuber-Helften, YouTuber-Gruppen sind die perfekten Adressen für mehr Zuschauer, für mehr Klicks und neue Abonnenten. Durch diese Facebook Gruppen könnt ihr neue Leute kennenlernen, ihr könnt ein Kollabo starten, das heißt, ihr pusht euch gegenseitig, könnt gemeinsam einen Livestream machen, das ist dann für beide Seiten eine Win-Win-Situation. Ja, das war es auch schon, das war ein recht langes Video, ich weiß. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du das Video bis zum Ende angeschaut hast und falls dir dieses Video gefallen hat, dann gebt dem Video unbedingt einen Daumen nach oben, abonniere diesen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen und aktive auch gleichzeitig die Benachstückungsglocke. Dann schau dir auf jeden Fall auch noch meine anderen Videos an und würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal, schalt wieder ein, wenn es heißt Mediabox Tutorials. Ciao!